Wir drehen 35 Grad weiter und es gibt mehr Start-up-Geist von Marlene Reussmann für HydroGenea. Ja, genau. HydroGenea, da vermuten wir uns vielleicht schon, wir machen was mit Wasserstoff. Wie wir es heute Morgen gehört haben bei dem Keynote, die Anwendungsbereiche für Wasserstoff werden immer hitzig diskutiert. Wo sich aber alle einig sind, ist, dass der graue Wasserstoff, der aktuell auf dem Markt verbraucht wird, durch grünen Wasserstoff ersetzt werden muss. 100 Millionen Tonnen, das ist der Verbrauch, den wir aktuell an Wasserstoff haben, global. Nicht mal ein Prozent davon wird aus erneuerbaren Quellen gewonnen. Der Großteil also noch aus Kohle und Erdgas. Und woran liegt das? Das liegt an der Technologie. Die Technologie heute ist nicht effizient genug, sie ist nicht kostengünstig genug und nicht langlehrig genug. Wir bei HydroGenea möchten hier einsetzen. Wir wollen grünen Wasserstoff wettbewerbsfähig machen. Das kann man so vergleichen wie mit einem Computerchip. Verbessert man den Computerchip, verbessert man das gesamte System. Das ist in der Wasserstoffindustrie die Brennstoffzelle oder auch die Elektrolysezelle. Wir bei HydroGenea haben es geschafft, Elektrolysezellen und Brennstoffzellen zu produzieren, die wesentlich länger haltbar, nämlich zehnmal länger haltbar und 20 Prozent effizienter sind. Das haben wir erreicht durch ein intelligentes Katalysatorschichtdesign, was wir in eine Rolle-zu-Roll-Anlage gebracht haben und kontinuierlich mit diesen produzieren können. So schaffen wir es, grünen Wasserstoff in Zukunft zu dekarbonisieren. Tausend Dank, Marlene Reusmann und HydroGenea.